Hier schreit einfach irgendwie alles nach Frieden im Moment. Panzergrün, alles ruhig, Dixi-Klos funktionieren wahrscheinlich noch. So langsam kommt er anscheinend darüber hinweg. Kurze Upgrades gucken, 75. Oh shit, yeah. Nur noch eine Werkbank. Das ist nicht schön. Ein bisschen die Ruhe genießen. Kein Runner. Tolle Welt. Tolle Musik. Vielleicht der Moment des Jahres irgendwie. So was habe ich auch noch nie gesehen. Noch nie. Beziehungsweise selten. Okay, kurz mal upgraden. Okay, dann mal los. Der Flammenwerfer ist pretty badass. Reichweite wäre nicht schlecht. Okay. So, drei Schüsse müssen da jetzt reingehen. Mehr können wir nicht machen. Sehr schön. Obwohl... Da müssen wir noch was dazu bekommen. Jawohl. Wir gehen noch ein bisschen hier rüber gucken. Und dann checken wir ab. Ja, das ist nix. Durch den Bus. Allein steigen. Okay. Hör damit. Oh wow. Das ist das Foto von ihm. Und Sarah. Da habe ich ja gesagt, behalte es. Tja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. Danke. Aber warum hat denn Maria das Bild? Wir haben es eigentlich... Tommy gegeben. Ist ein bisschen merkwürdig. Okay. Okay. Okay, fass beim Krankenhaus. Wie meinst du das? Und dann sagen sie, geht nach Massachusetts oder so. Und dann stehen wir hier. Scheint noch ein ganz schönes Stück zu sein. Bis zum Krankenhaus. Ah, ich wusste es. Springen wir da runter. Neuer Abschnitt. Gegner. Scheiße. Okay, zwei habe ich schon gesichtet. Eins, zwei, drei. Bloater? Ach. So, am Schluss wäre es die Vierze umgehen. Ich muss den Schuss nehmen. Ich muss den Schuss nehmen. Oder auch nicht. Ui. Was ist erkannt, Ellie? Ich will hier keinen Aufstand erregen. Irgendwie... Oh, shit. Her damit. Ich kriege meinen Fall nicht wieder. Boah, bullshit. Wir haben ihn doch gekillt. Oh. Zeit für ein richtig krasses Ablenkungsmanöver. Na, du bist top, ja? Was ist denn los mit dem Klicker? Der geht da gar nicht hin. Ich sag ja, Joel. Killt wahnsinnig laut. Okay, der Abschnitt sollte gegessen sein, hoffe ich mal. Keine bösen Überraschungen. Weiter geht's. Da rein. Immer schön weiterschleichen. Wahnsinnig viel. Ich hab's auch schon gesehen. Oh, shit. Da durchzukommen wäre epic, aber... Können wir knicken. Da geh ich nicht durch. Ich weiß gar nicht, ob ich noch ein Messer hab. Was? Ich hab keins mehr. Fuck. Und da ist auch noch ein Runner. Und ich hab keinen... Boah, nein. Ich bin aufgeschmissen. Ich kann die ja immerhin mit der Axt killen, aber das ist nicht gerade lautlos. Ja, bringt nix. Gehen wir hier durch. Davon baue ich auch nicht wirklich was, oder? Voll, voll, voll. Die hören das. Die hören das sofort, wenn ich damit kill. Meine Rede. Oh, nein. Oh, nein. Kopf ab. Boah. Das dürfte der Rest aber auch gehört haben. Oder auch nicht? Das musste einfach sein. Oh, hell ja. So viel Zeug. Gib mir ein Messer. Obwohl. Ah, komm schon. Hier raus und dann weiter. Bleib hier. Da, zwei Bloater. Ihr wollt mich doch wohl verarschen. Oh, der kann den noch nicht mal parken. Ich bin aufgeschmissen. Glück ab. Gut, er hat sie abgegradet. Es ist ab. Time to fight. Und... Geht doch. Auch wenn es ein bisschen kostspielig war. Wow, was war das denn? Ich kann irgendwie nichts herstellen, außer Monotos. Was war das für ein Geräusch? Wie dämlich. Och, nö. Wir müssen die bekämpfen. Ach, hätte das so gut geklappt. Okay. Komm schon, das Ding macht massiven Schaden. Der ist gepanzert. Immer noch. Nice. Einer weniger. Kann man nur so hartnäckig sein. Boah. Klammwerfer. Reicht nicht. Bitte verreckt jetzt. Boah, ist ja am Tanzen. Ja, endlich. Boah. Was ist ein Kampf. Fuhr doch Zeit. Ich stelle mich extra dahin. Game over. Das haben wir auch gemeistert. Geht doch. Jetzt nur noch da hoch. Auf, hier sind wir bald beim Krankenhaus. Ah, Ellie kann nicht schwimmen. Okay, dann würde ich mal sagen, suchen wir einen Fluss. Vorsitz sich, was she demnächst. SWISS Sinds nicht. F Tah. Ho Relax. Verwerden. estou sondernys. Verwerden.